Herzlich Willkommen beim Among Us in Real Life Turnier. Die Regeln sind einfach. Unter euch sind Verräter, die euch auflösen können. Entlarvt die Verräter. Oder verliert. Erhält ein Preisgeld von einer Million Euro. Und jetzt. Schwarz, mach was! Schwarz, sagt was! Schwarz, geht's mir! Ich fass mich nicht an! Jeder! Jetzt halten die Fresse! Ich hab das Gefühl, jeder von euch unterscheidet, und jetzt die gesamte Situation. Wo sind wir? Scheiß Wille der Liebe, fick dich! Weißt du, das Spiel ist irgendwie für uns alle eine ungewohnte Situation. Und vielleicht versuchen wir einfach, es den Personen nicht so übel zu nehmen. Hattest du mich grad nach einem Date? Ich liebe dich. Könnt's sein, dass du ein bisschen auf Berlin stehst? Nach ist alles wieder vorbei. Und ich hoffe irgendwie ein kleines bisschen anders. Was machst du da? Ich find dich super nett und ich mag dich. Du holst die anderen und ich kümmere mich über die Besserung. Nein, 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 dir ist schon klar, dass du nicht der Chef bist. Ich hoffe, dass dir, ich hoffe, dass dir bewusst ist. Vielleicht hat das Ding auch einfach mal eingespeckt, weil das so dumm ist, jemanden aufzulösen. Ich bin fertig! Ihr seid so dumm, ihr macht ja einen Fehler. Was will sie, dass ihr das denkt? Was? Hast du gemacht? Dein Ernst? Wo warst du eigentlich, als Braun verschwunden ist? Erfolgst du mich? Können alle aufhören, über dieses scheiß Geld zu reden? Mann! Ey, dann bedeutet das... Du bist nicht dabei eigentlich, was machst du hier? Hm? Du bist nicht dabei, oder? Hm. Warum? Wann bist du hier? Sag Jonas Ems nicht, dass ich hier war. Warum? Jonas!